Es ist 8.30 Uhr, Gameday. Hör auf, kleine Jungs, die nach sieben Monaten zum Training kommen zum Pelen. Es ist 8.30 Uhr, Gameday, 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 Gameday. Ich bin auf den Hügel, Gameday, 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 Gameday. Das war nicht so schön. Ich weiß, nicht? Ich bin auf den Hügel, Gameday, Gameday, Gameday. Ich bin auf den Hügel, Gameday, 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 Gameday. Ich bin auf den Hügel, Gameday, 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 Gameday. Ich bin auf den Hügel, Gameday, 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 Gameday. Ich bin auf den Hügel, Gameday, Gameday, Gameday. Das war's. Das war's. Was ich mit dir? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. JJ ist überstehend auf den Pant. Hey, willst du spielen Backer? Ich wusste, das war es kommen! Ich wusste, das war es kommen! Warum nicht? Keinein, über die Office. Just call me Jack, Baby. Jack of All Trades. Die Kühe von Paderborn! Kylie Fonse! Die Kühe von Paderborn!